In diesem Video erfährst du, wie man ein Balkonkraftwerk selbst anschließen kann, welche Stecker und Kabel wie verbunden werden, sodass der von den Solarmodulen produzierte Strom über den Mikrowechselrichter ins Hausnetz eingespeist wird. Ein Balkonkraftwerk, häufig auch als steckerfertige Photovoltaikanlage, Mini-PV-Anlage oder Plug-and-Play-Solaranlage bezeichnet, besteht aus einem oder mehreren Solarmodulen und einem Mikrowechselrichter. Der Wechselrichter wandelt den gewonnenen Solarstrom, also den Gleichstrom der Solarmodule, in Wechselstrom um und speist ihn netzkonform ins Haus ein. Damit das funktioniert, wird zunächst das Solarmodul mit dem Wechselrichter verbunden. Auf der Rückseite vom Photovoltaik-Modul gibt es eine Plusleitung und eine Minusleitung. Sie sind mit einer MC4-Steckverbindung ausgestattet, eine MC4-Buchse an der Minusleitung und ein MC4-Stecker an der Plusleitung. Am Wechselrichter finden wir das jeweils passende Gegenstück, sodass hier Plus- und Minusleitung nicht vertauscht werden können. Je nachdem, wo der Wechselrichter montiert werden soll, kann es sein, dass das Kabel vom Photovoltaik-Modul nicht lang genug ist, wie hier bei mir der Fall. In dem Fall benötigen wir ein Solarverlängerungskabel, was mit einer MC4-Steckverbindung ausgestattet ist. Auch hier passt jeweils nur Stecker oder Buchse, je nachdem, ob Minus- oder Plusleitung verlängert werden soll, sodass nicht viel schief gehen kann. Wenn vorhanden, kann ein zweites Solarmodul genauso angeschlossen werden. Hierfür muss der Mikrowechselrichter entsprechend geeignet sein und hat zwei weitere MC4-Steckverbinder, um ein weiteres Modul anzuschließen. Wie hier bei diesem Heumiles HM600 Wechselrichter. Im nächsten Schritt wird der Wechselrichter mit dem 230-Volt-Hausnetz verbunden. Dafür ist das lange Anschlusskabel am Wechselrichter mit dem Battery-Stecker von Bedeutung. Das kurze Kabel mit der Battery-Buchse wird nicht benötigt und mit einer Blindkappe versehen. Es ist für eventuelle Erweiterungen wie dem Anschluss eines weiteren Mikrowechselrichters vorgesehen. Balkonkraftwerke bzw. Mini-Photovoltaikanlagen werden in der Regel mit einem steckerfertigen Anschlusskabel geliefert. Dabei handelt es sich normalerweise um eine flexible Gummischlauchleitung. Auf der einen Seite befindet sich eine Battery-Buchse, die auf den passenden Stecker am Wechselrichter passt. Die andere Seite des Kabels wird mit dem Hausnetz verbunden. Dafür gibt es drei verschiedene Optionen. Die einfachste ist es, das Balkonkraftwerk mit dem Schutzkontaktstecker oder kurz Schuko-Stecker in eine herkömmliche Außensteckdose zu stecken. Diese Variante ist beliebt, weil sie keine Arbeiten durch einen Elektriker erfordert und dadurch die Kosten und damit die Amortisationszeit für das Balkonkraftwerk gering hält. Technisch funktioniert diese Variante und in Ländern außerhalb Deutschlands, wie beispielsweise der Schweiz, Österreich oder den Niederlanden ist das der Standard. In Deutschland ist diese Anschlussvariante laut dem VDE, dem Verband der Elektrotechnik, allerdings nicht normgerecht. Normgerecht ist laut VDE eine spezielle Einspeisesteckdose, die von einer Elektrofachkraft installiert werden muss. Diese Steckdosen werden auch als WLAN-Steckdosen bezeichnet, benannt nach dem gleichnamigen Hersteller. In dem Fall haben wir statt dem Schuko-Stecker einen WLAN-Stecker an dem Kabel, das zum Wechselrichter führt. Die dritte Variante ist der direkte Anschluss des Wechselrichters an das Stromnetz des Hauses, also ohne Schuko-Stecker oder WLAN-Stecker dazwischen. Auch das wäre VDE-konform. Bei meiner Testinstallation ist der Mikrowechselrichter über eine herkömmliche Außensteckdose angeschlossen. Sobald der Wechselrichter 230 Volt Netzspannung aus dem Hausnetz erkennt, kann es einige Minuten dauern, bis er mit der Energieerzeugung beginnt. Voraussetzung ist, dass genügend Sonneneinstrahlung auf die Photovoltaikmodule vorhanden ist. An der LED des Wechselrichters kann überprüft werden, ob alles einwandfrei funktioniert und eine Einspeisung stattfindet. Welche Blinkfrequenz der LED welche Bedeutung hat, verrät die Bedienungsanleitung des jeweiligen Wechselrichters. Ich freue mich über einen Daumen hoch, wenn dieses Video hilfreich war. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.